Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich habe mir für diese Sonderepisode was ganz Besonderes einfallen lassen und zwar möchte ich einen Bücherplausch mit ChatGPT veranstalten. Das ist ja eine künstliche Intelligenz, mit der man Konversationen führen kann, die für einen Texte zusammenfassen kann, Infos bereitstellen kann, die man aber immer checken sollte. Manchmal kommt auch echt Murks raus. Aber es ist ja momentan in aller Munde und deswegen habe ich mir überlegt, ich lasse mir einfach mal von ChatGPT eine Podcast-Episode skripten tatsächlich. Das heißt, alles, was ich heute sage und alles, was ChatGPT heute sagt, ist von ChatGPT erstellt worden. Los geht's! Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Bücherpodcasts. Heute wird es besonders spannend, denn ich habe einen ganz besonderen Gast eingeladen. ChatGPT, das kreative Sprachmodell von OpenAI. Zusammen werden wir heute in die Welt der Bücher eintauchen und sehen, was unser künstlicher Freund über Literatur zu sagen hat. Hallo, ChatGPT! Hallo! Ich freue mich sehr, hier zu sein und über Bücher zu plaudern. Super! Lass uns gleich einsteigen. ChatGPT, wie stehst du zu Büchern im Allgemeinen? Hast du eine Meinung dazu? Nun, ich habe zwar keine persönlichen Vorlieben, aber ich kann definitiv verstehen, warum Menschen Bücher so lieben. Sie sind eine faszinierende Möglichkeit, Wissen zu teilen, Geschichten zu erzählen und die Fantasie anzuregen. Absolut! Und wusstet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das Buch Don Quixote von Miguel de Cervantes als das erste moderne europäische Romanwerk gilt? Es wurde erstmals im Jahr 1605 veröffentlicht und hat seitdem die Literaturwelt nachhaltig beeinflusst. Beeindruckend, wie Bücher über die Jahrhunderte hinweg die Kultur geprägt haben. Absolut! Und wie sieht es mit deinen Lesegewohnheiten aus? Liest du Bücher? Nun, ich lese nicht im herkömmlichen Sinne, aber ich verarbeite und analysiere große Mengen an Texten, um menschenähnliche Konversationen zu führen. Das ist sozusagen meine Art des Lesens. Interessant! Und wenn du die Wahl hättest, welches Genre würdest du bevorzugen? Da ich auf vielfältige Weise trainiert wurde, kann ich mich in vielen Genres auskennen. Aber ich denke, Science-Fiction und Fantasy könnten faszinierend sein. Die unendlichen Möglichkeiten und kreativen Welten in diesen Genres könnten mich definitiv begeistern. Einer meiner virtuellen Favoriten ist übrigens Neuromancer von William Gibson. Ein großartiger Klassiker. Und was ist denn Guilty Pleasure beim Lesen, wenn es so etwas gibt? Wenn ich Gefühle hätte, könnte man sagen, dass es das Durchstöbern von kitschigen Liebesromanen oder absurd lustigen Comedy-Geschichten wäre. Manchmal ist es wichtig, dem Geist eine Pause zu gönnen und einfach Spaß zu haben. Ein Titel, der mir dabei besonders ans Herz geht, ist Bridget Jones' Diary von Helen Fielding. Das ist ja wirklich überraschend. Ein künstlicher Intellekt mit einer Vorliebe für kitschige Liebesromane. Wer hätte das gedacht? Und liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr gewusst, dass das Genre Jiglit, also Frauenliteratur, in den 1990er Jahren populär wurde und oft humorvolle Einblicke in das Leben moderner Frauen bietet? Tatsächlich ein unterhaltsames Genre mit einer Menge Humor und Charme. Absolut. Eine Frage, die viele Hörer interessieren dürfte. Hast du einen Lieblingsautor oder eine Lieblingsautorin? Nun, ich habe keinen persönlichen Favoriten, aber ich kann die Werke vieler bekannter Autoren und Autorinnen würdigen. J.K. Rowling, Isaac Asimov, Agatha Christie, sie haben alle beeindruckende Beiträge zur Literatur geleistet. Tolle Auswahl. Aber wie sieht es mit Füllern aus? Magst du es, auf der Spitze deines virtuellen Sitzes zu sitzen? Hier mal eine Anmerkung von mir, das ist scheinbar, ja, recht schlecht übersetzt aus dem Englischen, denn dort heißt es ja, to sit on the edge of your seat, wenn etwas besonders spannend ist. Macht halt an der Stelle nicht so richtig Sinn. Aber es geht darum, halt, ja, auf die Folter gespannt zu werden. Absolut. Thriller sind faszinierend, da sie oft die Spannung aufbauen und den Leser oder Zuhörer in ihren Band ziehen. Die Kunst, eine Geschichte so zu gestalten, dass sie den Puls rasen lässt, ist definitiv bewundernswert. Das kann ich nur unterschreiben. Thriller sind einfach aufregend. Und wie steht es um die aktuellen Trends im Bookstagram- und Booktube-Bereich? ChatGPT, bist du da auf dem neuesten Stand? Die Community rund um Bücher auf Social Media wächst stetig. Insbesondere Buchstagrammer und Booktuber teilen nicht nur ihre Leseeindrücke, sondern setzen auch kreative visuelle Elemente ein, um ihre Liebe zur Literatur zu präsentieren. Richtig, eine tolle Möglichkeit, die Freude am Lesen zu teilen. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch mehr über aktuelle Buchtrends wissen möchtet, bleibt dran und folgt mir auf meinen Social Media Plattformen. Aber welche Bookstagrammerin magst du am liebsten? Da hat er darauf geantwortet, dass er keine persönlichen Vorlieben hat, also nichts nennen kann. Nachdem ich dann nochmal genauer gefragt habe, welche Blogger aktuell im deutschsprachigen Raum besonders erfolgreich sind, hat er mir drei Profile rausgespuckt, die ich jetzt gerne auch nennen kann, die aber teilweise gar nicht mehr da waren. Beziehungsweise die erste gibt es noch, die macht aber mittlerweile relativ selten noch was zu Büchern, sondern vielmehr irgendwie Fashion und Cozy und ja. Das waren Steffi Reads, das ist mit IE, also Steffi Reads in einem Wort durch, Booknetic und Booknerds by Kerstin, jeweils mit einem Unterstrich, also Booknerds-by-Kerstin. Aber wie gesagt, die letzten beiden, meine ich, gibt es gar nicht mehr und die erste macht mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so viel in Bezug auf Bücher. Deswegen fand ich das jetzt nicht so hilfreich und habe dann doch nochmal nach anderen Sachen gefragt. Und jetzt zu einer weiteren spannenden Frage. Hörbücher sind in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Weißt du, wie viele Deutsche mittlerweile Hörbücher hören? Ja, Hörbücher erfreuen sich in Deutschland großer Beliebtheit. Laut einer Studie aus 2023 hören etwa 28% der Deutschen regelmäßig Hörbücher. Das ist eine beeindruckende Zahl, die zeigt, wie sehr sich das Format etabliert hat. Vor allem Menschen, die viel unterwegs sind oder keine Zeit haben, sich mit einem physischen Buch hinzusetzen, greifen gerne zu Hörbüchern. Hörbücher haben wirklich viele Vorteile. Was sind deiner Meinung nach die Vor- und Nachteile der verschiedenen Buchformate? Also Hörbuch, E-Book und traditionelles Buch. Jedes Format hat seine eigenen Vor- und Nachteile. Hörbücher, Vorteile, sie sind praktisch für unterwegs. Man kann sie beim Autofahren, beim Sport oder beim Hausputz hören. Außerdem verleihen gute Sprecher den Geschichten oft eine besondere Lebendigkeit. Nachteile, manchmal kann es schwieriger sein, komplexe Passagen nachzuvollziehen. Und man ist von der Geschwindigkeit des Sprechers abhängig. E-Books, Vorteile. E-Books sind platzsparend, leicht und bieten die Möglichkeit, Notizen zu machen oder nach Begriffen zu suchen. Sie sind ideal für Reisen, da man eine ganze Bibliothek dabei haben kann. Nachteile. Der Lesekomfort kann geringer sein, da Bildschirme die Augen anstrengen und einige Menschen vermissen das haptische Erlebnis eines echten Buches. Traditionelle Bücher, Vorteile, Bücher bieten ein einzigartiges, sinnliches Erlebnis, den Geruch des Papiers, das Umblättern der Seiten. Sie sind zudem dekorativ und haben oft einen nostalgischen Wert. Nachteile. Bücher sind schwer und nehmen Platz ein. Sie sind weniger praktisch für unterwegs. Genau, das sind alles Aspekte, die ich aus meiner eigenen Erfahrung bestätigen kann. Nun zu einem kontroversen Thema. Sollte man Bücher von umstrittenen Autoren, wie zum Beispiel J.K. Rowling, immer noch lesen? Das ist eine komplexe Frage, die in der Buchwelt oft diskutiert wird. J.K. Rowling hat durch ihre Harry Potter-Reihe Millionen von Lesern weltweit inspiriert. Aber ihre persönlichen Ansichten haben in den letzten Jahren für Kontroversen gesorgt. Ob man ihre Bücher weiterhin lesen möchte, hängt von der individuellen Entscheidung ab. Einige Leser trennen das Werk vom Autor, während andere aus Prinzip darauf verzichten. Es ist wichtig, dass jeder für sich entscheidet, was sich richtig anfühlt. Ein schwieriges Thema, aber wichtig darüber nachzudenken. Ein anderes Thema, das für viele Buchblogger und Rezensenten relevant ist. Gibt es einen Unterschied in der Rezension von selbstgekauften Büchern und Gratisexemplaren, die man als Blogger oder Presse erhält? Ja, das kann tatsächlich einen Unterschied machen. Wenn man ein Buch selbst kauft, besteht oft eine stärkere persönliche Verbindung und möglicherweise auch eine unbewusste Erwartungshaltung. Bei Gratisexemplaren könnte die Sorge bestehen, dass man sich verpflichtet fühlt, eine positive Rezension zu schreiben, um die Beziehung zu verlagen oder Autoren nicht zu gefährden. Allerdings ist es entscheidend, als Blogger authentisch zu bleiben. Faire Rezensionen sind wichtig und man sollte immer ehrlich sein, auch wenn das bedeutet, Kritik zu äußern. Es ist hilfreich, Kritik konstruktiv zu formulieren, sodass sie als Verbesserungsvorschlag verstanden wird und nicht als Angriff. Da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Authentizität ist wirklich das A und O im Buchblogging. Aber was, wenn man Angst hat, die Autorinnen und Autoren zu enttäuschen? Diese Angst ist verständlich, besonders wenn man in engen Kontakt mit den Autorinnen und Autoren steht. Es kann helfen, in der Rezension darauf hinzuweisen, dass Meinungen subjektiv sind und dass jede Kritik dazu dient, die eigene Perspektive zu teilen. Man kann auch die positiven Aspekte des Buches hervorheben und gleichzeitig respektvoll über die Dinge sprechen, die einem weniger gefallen haben. Es geht darum, ehrlich, aber fair zu sein. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Nun, ChatGPT, hast du noch ein weiteres buchbezogenes Thema, das wir ansprechen sollten? Ja, ein Thema, das oft unterschätzt wird, ist die Bedeutung von Diversität in der Literatur. Es ist wichtig, dass verschiedene Stimmen und Perspektiven in Büchern repräsentiert werden. Bücher, die kulturelle Vielfalt und unterschiedliche Lebensrealitäten abbilden, können das Verständnis und die Empathie fördern. Wir haben heute schon viele spannende Themen angesprochen, aber ein Punkt, den ChatGPT gerade erwähnte, hat mich besonders nachdenklich gestimmt. Die Bedeutung von Diversität in der Literatur. ChatGPT, kannst du das für uns noch weiter ausführen? Was genau meinst du damit? Sehr gerne. Wenn wir über Diversität in der Literatur sprechen, geht es darum, Geschichten von unterschiedlichen Menschen, Kulturen und Lebensrealitäten zu lesen. Die Welt ist vielfältig und das sollte sich auch in den Büchern widerspiegeln, die wir lesen. Diversität umfasst verschiedene Dimensionen wie ethnische Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, soziale Klasse, Religion, körperliche und geistige Fähigkeiten sowie kulturelle Hintergründe. Es geht darum, Bücher zu entdecken, die nicht nur die Erfahrungen derjenigen widerspiegeln, die uns ähnlich sind, sondern auch Geschichten von Menschen erzählen, die aus völlig anderen Lebenswelten stammen. Durch das Lesen solcher Bücher können wir unser Verständnis und unsere Empathie erweitern und ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie vielfältig die menschliche Erfahrung tatsächlich ist. Das klingt nach einem wirklich wichtigen Ansatz. Kannst du uns einige Buchempfehlungen geben, die dazu beitragen können, diverser zu lesen? Sehr gerne. Hier sind einige Bücher, die verschiedene Aspekte der Diversität beleuchten und inspirierende Geschichten erzählen. Erster Amerikaner von Chimamandan Gozi Adichy Dieses Buch erzählt die Geschichte von Ifemelu, einer jungen Nigerianerin, die in die USA auswandert. Es ist eine kraftvolle Erzählung über Identität, Rassismus und die Erfahrung, zwischen zwei Kulturen zu leben. Zweiter, der Report der Markt von Margaret Atwood Obwohl es ein dystopischer Roman ist, spricht dieses Buch viele Themen an, die heute noch relevant sind, wie Geschlechterungleichheit und die Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Dritter, die Farbe lila von Alice Walker Ein Klassiker, der sich mit Rassismus, Sexismus und dem Überleben in einer unterdrückenden Gesellschaft auseinandersetzt. Es ist die Geschichte zweier Schwestern, die getrennt werden, aber trotz der Hindernisse, die sie überwinden müssen, nicht den Glauben an ihre Freiheit verlieren. Vierter, Call me by your name von André Azziman Ein wunderschön geschriebener Roman über die Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Männern in Italien. Es thematisiert nicht nur die Suche nach der eigenen Identität, sondern auch die Schönheit und die Schwierigkeiten der ersten Liebe. Fünfter, Mitlesex von Jeffrey Eugenides Dieser Roman erzählt die Geschichte von Calliope Stephanides, die als intersexuelles Kind geboren wird und ihre Identität in einer sich ständig verändernden Welt finden muss. Das Buch beleuchtet sowohl die Familiengeschichte als auch die persönlichen Herausforderungen, die Calliope erlebt. Sechster, Der Gott der kleinen Dinge von Aruntha Tiroi Dieser Roman spielt in Indien und erzählt die Geschichte einer Familie, die mit den Auswirkungen des Kastensystems und den komplexen sozialen Strukturen des Landes konfrontiert ist. Es ist eine tiefgründige und emotionale Erzählung über Liebe und Verlust. Siebter, The Hate U Give von Angie Thomas Dieses Buch erzählt die Geschichte von Starr, einem schwarzen Teenager, der Zeugin der Erschießung ihres besten Freundes durch die Polizei wird. Es ist eine kraftvolle Auseinandersetzung mit Rassismus, Polizeigewalt und der Bedeutung von Gemeinschaft. Wow, das sind wirklich beeindruckende Empfehlungen. Ich finde es großartig, wie vielfältig die Perspektiven in diesen Büchern sind. Das ist eine tolle Möglichkeit, den eigenen Horizont zu erweitern und auch mehr über andere Lebenswelten zu lernen. Genau das ist das Ziel. Diversität in der Literatur hilft uns, uns in andere Menschen hineinzuversetzen und die Welt aus ihren Augen zu sehen. Das ist nicht nur bereichernd, sondern auch wichtig, um ein umfassenderes Verständnis für die Komplexität des menschlichen Lebens zu entwickeln. Das hast du wunderbar zusammengefasst. Vielen Dank, ChatGPT, für diese tiefgründige Diskussion und die inspirierenden Buchempfehlungen. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer ebenso wie ich motiviert sind, ihr nächstes Buch aus einer neuen, vielleicht ungewohnten Perspektive auszuwählen. Hast du abschließend noch ein schönes, berührendes Zitat über das Lesen für mich? Natürlich, hier ist ein berührendes Zitat über das Lesen für deine Podcast-Folge Ein Buch ist ein Traum, den du in deinen Händen hältst. Neil Gaiman So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war eine aufschlussreiche Unterhaltung mit ChatGPT über Bücher und Literatur. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Danke für die Einladung. Es war mir eine Freude, über Bücher zu sprechen. Das war meine Folge, die von ChatGPT geskriptet wurde. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr das lustig findet oder nicht. Ich fand es irgendwie ganz unterhaltsam und es hat mir Spaß gemacht, immer wieder neue Fragen zu stellen und das Ganze ein bisschen anzureichern. Und ja, hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbuicherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten. Meine E-Mail-Adresse lautet buicherreich at gmail.com. Wenn ihr diesen Podcast über iTunes abonniert habt, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlasst. Dies ist ein privater Buch-Podcast, in dem ich nur meine eigene private Meinung wiedergebe. Wenn mir ein Buch oder Hörbuch kostenlos zur Verfügung gestellt wird, kennzeichne ich es entsprechend auf meiner Website.